So, Folge 16. Bisschen was getrunken und so weiter und so fort. Jetzt dürfte Alice wieder top sein. Mö? Ich hab auch den Sound wieder aktiviert. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder so ein Dauerschreier. Hm? Oh, verdammt. So viel dazu. Ah, Konzentration. Ah, fuck. Wie geht das denn jetzt nochmal? Ah. Verdammt. Was war das? Schauen wir wieder. Da wurde ich einfach mal weggehauen. Mal wieder. Äh, links? Ah, shit. Und noch einmal, weil es doch so schön war. Ah, wieder links. Oh, fuck. Ja, ich glaub, diesmal gehen wir mal rechts rum. Mal schauen, was das wird. Und rechts. Und, ja. Der rechts läuft doch schon besser. Ah, komm, dann räumen wir das Feld hier mal von hinten auf. Äh, das... Ah. Das waren alle. Na ja, gut. Hui. Ah, diese ewigen Holzbalken dazwischen. Oh, fuck. Ja. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, komm, weiter, 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 weiter. Zack, zack. Oh, 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 oh. Oh, ja. Sieht, ah, sehr gut. Genau, passendes Timing gehabt. fish. Ok, da hätte man auch noch... Hey, so, wofür ist das hier denn? Ja, naja. Ähm, die hier sind solide, da passiert nix. Nicht, dass ihr euch jetzt gerade wundert, warum funktioniert es jetzt plötzlich? Oh, fuck! Puh! Checkboard! Checkmate! Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Handybeer! Quality for everyone! Vor allen Dingen für komische, fette Kerle auf dem Poster. Ganz, ganz wichtig. Muss man ja ganz klar herausstellen. Lauf, lauf, lauf! Nein! Hm, das war mies. Ah, das war noch mieser. Wunderbar. Ernsthaft jetzt? Wo kommt denn das scheiß Ding immer her? Nein, ach, fuck. Ich werde direkt ins Messer gelaufen. Auch nicht besonders schön. Ja, nein, ach, verdammte... Das ist auch wieder so eine Situation. Einfach mal auf gut Glück. Aber das funktioniert jetzt sowieso nicht. Ich frage mich gerade, welchen Moment ich da abpassen muss. Okay, die... Leicht versetzt hintereinander. Ah! Die... Die sind an der... Nee, die sind ein bisschen hintereinander versetzt. Das ist echt mies. Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay. Ja, ja. Nein! Ah! Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Checkpoint! Das sind meine Lieblingsteile. Ja, wo man einfach nur laufen muss und kaum wirklich reagieren kann. Schweige denn! Irgendetwas anderes tun. Ah, ich habe da oben wahrscheinlich wieder irgendwo was übersehen. Oder auch nicht. Ach! Ah, fuck. Ja, aber nur drei... Ach, zwei habe ich schon wieder übersehen. Aber in... Ah, fünf Minuten. Nicht schlecht. So, Level 17.